Ich, ne, zun, chi, go. Okay, heute zeigen wir euch den Joranuki. Abwehr nach oben. Wichtig ist wieder, Ferse, Knie, Hüfte, eine Linie. Nicht nach innen fallen lassen. Schön nach außen, dass es eine Linie ist zwischen Ferse, Knie, Hüfte. Rückenhaltung gerade, Kopf gerade. Die Faust, eine Handabstand ungefähr vom Kopf weg. Wichtig ist, wir haben den Pfarrstück schon geübt. Vorne gerade und hier auch genauso gerade. Oben im oberen Bereich. Jetzt gehen wir nach oben. Langsam nach oben gehen. Vorne kreuzen und Abwehr nach oben. Und eins, vorne kreuzen, Abwehr nach oben. Ist eine der Basic-Übungen im Karate. Joranuki. Eins, zwei. Und jetzt wieder locker und im Endpunkt stark. Ich, ne, zun, chi, go. Ja, viel Spaß beim Üben.